Juten Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 19 Karriere mit Crew Alexandra auf dem Weg in die Premier League. So, wir gucken uns mal an, was die Tabelle sagt. Wir sind Zweiter. Das ist schon mal klasse. Millwall ist letzter. Und ich könnte wetten, wenn wir jetzt simulieren, verlieren wir. Es wäre nicht EA Sports, wenn es anders wäre. Oh, gleich in der zweiten Minute Condor. Hutchinson hat sich Bradshaw. Na, hat sag ich. Die holen sich zu viele gelbe Karten. Naja, aber auch das war trotzdem abzusehend. Wenn wir nicht verlieren, dann erhält nur ein Unentschieden. Nur nicht gewinnen. Nur nicht gewinnen. Das könnte ja schädlich sein. Ich sag ja, EA Sports ist so berechenbar. Ein oder einer Coupa haben wir jetzt. So, Runde 2 im Carabao Cup gegen Buri. Angebot für Lynch. Ablehnen. Dann soll es ja aber nicht beschweren, dass er nicht spielt. 58, was soll der Quatsch stellen? 87. Ich muss mir mal mein Dings angucken. Was haben wir hier für einen Jugendcoach? Ja, kein Wunder. Was haben wir denn noch? Okay. So. 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 egal wir probieren es wichtig ist ja eh die liga wir wollen ja aufsteigen telefon sagt mir was sie sagt mir wird du ich sag mir wird konnte mit dem zweiten jawohl konnte heute mit dem sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön schön das verlegen sie ich bin gespannt was der andere anschleppt an sachen so wie korbinien vollmann 71 marvin stefaniak 72 der ist geholt ok das können wir schon mal verkaufen zumal er hat auch eine relativ günstige ausschiegsklausel wenn ich hier sehen habe kann ich in die rolle hier verpacken wegpacken von liste von liste von liste von liste von liste von liste oh genau genau so so sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön so da kann ich euch nämlich auch von links nehmen klasse das ist doch klasse so dann wollen wir mal gegen sheffield united spielen wir mal selber weil sheffield united ist nicht unbedingt das die sind eigentlich besser als sie momentan in der tabelle dastehen so und wir haben unser wetter es regnet was ein pass was ein schuss und was ein tor sehr luis viel viel trinken ist warm draußen so sehr schön was ist denn mit der abwehr los da steht nach acht minuten 2 zu 0 ich glaube es ja nicht ich dachte der sieht vor mal ja aber ne der hat genau gepasst genau dafür haben wir ihn gekauft schade aber da war er schulmann am ball denn nur jemand schade hat er nicht mal ein lupenrein head trick nach 15 minuten schade hat er auch schön vorbereitet und dann noch mit ein bisschen glück dass er da vom pfosten rein geht und nicht zurück springt aber glück muss man sicher arbeiten 5 9 15 so kann es weitergehen also ich würde jetzt nicht hochrechnen haben sie aber glück gehabt dass der nicht durch kam die sind ja mutig lassen sie den stieper mal einfach mal so zum schuss kommen schade 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 Boah, hatten wir aber Glück, dass da jetzt noch einer dazwischen war. Ah, das war's. Oh shit. Sauber! Condor! Hahaha! Sehr schön. Ja, 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 ja. Der Referee hat gezeigt, dass es ein Minimum von 3 Minuten in der Zeitung gibt. hahaha da hat er die erstmal schön ausgetanzt also die mag echten geilen fangen gemacht jo da wird auch so ein ganz klein wenig bedienten so seeluis darf jeden dafür kommt wie heißt er denn gleich wilson genau und stefaniak darf auch jeden dafür kommt kirk captain kirk kommt james tibirius kirk warum gibt er mir den schiepermann nicht das ist zum kotzen also spielauswahl scheiße spiele hallo robinson schön abgefälzt abgefälzt und die freuen sich irgendwie nicht robinson ist angekommen in alexandria hallo robinson geile gemacht und schön durch die beine ja 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 Wow. Boah, Stiepermann, sauber! Boah, Stiepermann! Aber auch schön gespielt trotzdem! Ich glaube der hat auch einen Linken! condor jawollah 8 zu 0 auswärts bei sheffield united du kriegst die tür nicht zu guck mal doch tür ist zu und ich habe auch das schuss glück war ja gegen florenz erst so nicht hatten super gefällt mir zwar viel zu hoch eigentlich aber so richtig was von also der tod ist jedoch der beste mann auf dem eis wollte ich schon sagen ja 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 die sind ja wirklich nur noch darauf wie wenn du dir anguckst was da für ein pass raus kam kriegst du eigentlich einfach nur das kotzen ich wollte nicht doch ich habe hier keinen knopf gedrückt boah ha 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 hat er einfach mal abgezogen ja wak helfen ich dachte mir richtig dann würde ich mich sagen jungen ich bin ja ich kann von 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 Mann, 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 ey. Das ist alles. So. 8 zu 0 gewonnen. Sehr schön. C. Louis mit einem Dreierpack. Das mit einem lupenreinen Hattrick. Drei Tore hintereinander in einer Halbzeit. Sau Bär. So, dann werden wir noch schnell. Wilson. Also kommen Kirk und Freitag dran. So, die Transferperiode machen wir noch zu Ende. Dann ist Feierabend. Irgendeiner will hier irgendwas haben. Rayleigh will verliehen. Sollen werden. Na gut. Klingelt auch hier ab. Gleich doch. 4,9 Ne Vor allem nicht in der selben Liga Achso, außerdem ist das ja mein Startding Dings ist ja Quatsch So, 2 Stunden noch Dann ist die Periode Vorbei Die Transferperiode Griffiths wechselt nicht Bericht Jugendmannschaften Wie sieht es denn da aus? 78, 88 Okay Verschlechtert, Deutschland abgegrazt Okay Letzte Frist für Transfers abgelaufen Okay Okay Okay, okay, okay Ja, dann sage ich mal Danke fürs Zusehen Und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Tschüss Bye, ich tohere Bye, ich tohere Bye, ich tohere Bye, ich tohere